Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem KSC Monks! Hey! Hallo! Wir spielen HLZ1! King of the Kill! King of the Kill, genau! Und, oh Gott, in 30 Sekunden geht's los, Michi, ich hab Angst! Ich drehe hier gerade ein Jeep! Oh Gott, ich bin irgendwie... Oh mein Gott! Das ist die Matrix! Wie ist hier Wasser in der Luft? Ähm... Ja, also... Oh Gott! Das ist jetzt quasi für mich meine zweite Runde, für mich, glaube ich, jetzt die fünfte Runde oder so? Ja, vierte, fünfte! Ja, die erste Runde haben wir... Okay, wir sagen's gleich. Ne, komm, wir sind alle bestimmt. Ja, die erste Runde haben wir so im Nachhinein, so ein bisschen, hab ich ein bisschen versucht aufzunehmen. Da gab's ein bisschen Problems mit Sounds, zum Teil. Ähm... Das hat bei mir, glaube ich, nur das Ende. Da sind auch Platz 4! Also, ich wusste, no-bobs auf Platz 4. Hast du mich gesehen? Nein. Oh Gott, ich war direkt eigentlich über dir. Ähm... Ich geh zu dieser Brücke. Zu dieser... Das Meer? Ähm... Da... Ah, ich seh' dich, ich seh' dich! Okay, siehst du... Also, ich geh ein bisschen drüber zu diesem Camp da. Mhm. Also, wir sind also voll die low-bobs, Leute. Ähm... Ich werde auch hier im Let's Play groß rumschneiden. Das heißt, wir werden nur... Da sind nur die geilen Szenen sehen. Ähm... Also, wird das Let's Play ganz schnell vorbei sein. Weil... Weil ich die ganze Zeit sterben bin. Oh! Okay, ins Haus, aus, 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 aus. Okay, einer ist geleiftet. Äh... 170 insgesamt waren's. Ähm... Also, ich weiß schon ein bisschen die Settings... Der erste Tote schon... Die haben schon scharfe Waffen. Ach du Scheiße, ey! Ähm... Ich seh' dich! Ich hab'n AK! Hier ist ein AK drin! Ich hab'n AK! Nice, 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 nice looted. Ich kann nix nehmen. Wir sind im, äh, Süden gesessen. Oh, hier ist noch ne AK, Michi! Komm zu mir! Ich komm, ich komme, ich renne. Ich, ich halt'n, ähm... Zerreißen. Wär halt gut, wenn wir direkt am Anfang auch ein Auto haben. Vielleicht ist da ein Jeep bei dir oder so. Komm zu mir, hier ist ein direkt ne AK. Nimm die AK. So. Äh... Und hier ist der Rucksack. Und hier ist der Rucksack, ich nehme ja für mich den Rucksack noch. Und die... Also wir sind, wie gesagt, die bisschen so low-bobs, ne? Wir kennen uns die nicht so gut aus. Ähm... Wir wissen nur ungefähr, was wir machen müssen, aber... So voll fett-Taktik haben wir dann natürlich nicht. Aber wir versuchen unser Bestes. Von 170 leben schon nur 120. Ach du Scheiße, äh... Das geht so schnell! Ja. Okay, hier ist ein Held. Welcher Militärrucksack? Hier sind noch Pistolen, wenn du willst zu mir. Hab schon einer. Ach so, äh... Ich hab' nur Revolver. Ähm... Das ist größer, der Militärrucksack, ne? Ach, ich wechsel direkt auf den größeren Rucksack, ne? Ja, automatisch geht das. Dann kannst du hier einen anderen rauswerfen. Nicht zerreiß' den. Ja, stimmt, genau. Äh... Fallen lassen. Oder wohl nicht. Nimm die... Neue Sneaker. Äh... Waren hier nur eine Schockern? Oh Gott, dann sind wir auch... Sind wir... Wir sind der Safe Zone. Aber wieder Glück. Alter, wir müssen erstmal... Wir looten hier, ne? Und gucken gar nicht, ob wir in der Safe Zone sind. Oh Gott, Michi? Ja? Ist das mit einem Flugzeug oder was sag ich da? Ich hab' nichts gehört. Okay... Ich bin mir ganz sicher, ob das so ein Bug ist oder... Ne? Warte mal, wir müssen zurück in Richtung Norden. Es wäre gut, wenn wir auch am... Vielleicht ein Auto oder sowas... Äh... Gehen wir mal hier zu den nächsten... Äh... Hast du keine Schuhe? Äh... Hört sich bei mir an, würdest du barfuß laufen? Nein, ich hab's doch billiges Schuhe, ich weiß nicht. Okay, ich hab schon... Ich hab neuesten Sneaker. Oh! Hellball-Auer-Taktisch-Helm, Granate und ein Kit. Ist gut. Geil. Ähm... Irgendwie kein Glück mit den Autos. Wo ist denn... Ach, da hinten ist eine Toilette. Ah... Ja. Wir sind überhaupt gar nicht in den... Wohnwagen reingegangen? In die Linken nur. Ich hab' nur mal reingeguckt. Achso. Ja, manchmal ist da so ein Medi-Kit. Also so ein Medi-Pack, ne? Ah, hier. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ach du, hier findet man vielleicht ein Auto, was funktioniert. Äh... Ich muss mich gerade so ein bisschen... Ich werf... Ähm... Weiß nicht, ob ich den... Äh... Dings wegwerfen sollte. Ne, warte. Das Gas verbreitet sich. Tut's doch gar nicht. Lüge. Äh... Alles Lüge, ne? Erste Hilfe Kästen einfach mal... ... an der Wand. Okay. Entschuldigung auch so eine Baustelle zu sein. Palomino Trails Camping. Äh... Ich hab' mir mal zwei Blutdremmungsmittel hergestellt. Gut. Und die tue ich dann anstatt des Medi-Kit. Äh... Ich hab' nur noch zwei Bandagen. Okay, wenn du noch was zum Zerreißen hast, immerher damit. Ich hab' mir die ganze Zeit hier nur Loot und Loot... Oh, hier nochmal was zum Zerreißen. Aber man kann nie genügend Verbände haben. Ja, das wirklich auch. Oh, bin ich am Militärrucksack? Krieg' ja dieses andere Zeug. Ja! Kompositiv- Tiefgewebe! Ich kann, glaub' ich... Ja, ich kann so eine provisorische Rüstung herstellen. Warte, ist das nice. Geht da auf wie viel Panzerung das macht? Äh... Schutz 5. Haltbarkeit 5. So ein richtiges ist besser halt. Ja. Aber ich hab' direkt an. Ja, mehr Body Armor. Geht das eigentlich irgendwo, dass du mehr Amo hast? Ähm... Weißt du's halt quasi? Ich seh' es nämlich hier nicht. Schrotzen-Money. Oh, Schrotzen-Money. Hast du ein Schrotze? Ja, ja. Äh, wenn du noch einer haben willst, ich hab' genau... Dann haben wir genau drei. Äh... Danke. Ja, warte. Äh, hier ist ein Auto! Funktioniert nicht. Äh... Geht so ein Auto doch? Doch. So ein Auto geht. Wollen wir losfahren? Ja, ich hab' gedacht, es gehen nur Jeeps und Polizeiautos deswegen. Ne, ich mein' das hier so mit so einem Jeeps. So ein Truck. Ja, Mini-Truck. Ähm... Geht da einfach mal in die Mitte des Waldes? Ähm... Spanfields meinst du? Ja. Aber die Brücke? Ja, wir werden aber... Kommt drauf an! Aber kann ich eigentlich grad hier den Schlüssel... Äh... Brauch ich gleich den Schlüssel? Zieh den raus. Tab drücken, dann krieg ich den raus. Ja, ich hab' ihn. Oh Gott. Ja. Aber wir müssen in Bewegung bleiben. Ja. Oh, geil! So ein Auto! Ist halt nicht so schnell, so ein Polizeiauto wäre am besten. Äh, links ist ein Auto, links ist ein Auto. Links, äh, auf dem anderen Ufer. Okay, ich könnte... Naja, ich kann rausschießen. Sollen wir uns die holen oder nicht? Nein. Ich würd's nicht erspielen. Ja, weil wir... 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 Wir bleiben in... In Abstaueposition. Ich hab's noch nicht mal gesehen. Hinterm Wald sind die. Da sind auch Leute. Nicht zu... Sehr in Norden fahren, ne? Siehst du? Ja, aber das sind Leute. Oh Gott, direkt vor uns ist der Wagen. Vor uns auch. Oh... Das wird krass jetzt. Ich hab' die Acker hoffentlich nachher. Hoffentlich, sagt der. Ich weiß grad nicht. Ich würd schon... Ja, ich kann auf jeden Fall nicht schießen. Oh Gott, direkt vor uns ist ein Typen, ne? Da sind ein Typen drin. Michi! Michi! Nein! Fahr weiter, fahr weiter. Wo bist du getroffen? Oh Gott, rechts ist noch... Wir werden verfolgt. Du kannst nachladen, übrigens, ne? Ey, Mann, ich hör's nur, aber ich seh's nicht, dass ich nachlade. Okay. Okay, wir werden nicht mehr verfolgt. Fahr rechts. Ja. Da war auch ein Polizeiauto. Oh Gott. Ähm... Wir fahren zu sehr... Wir drehen am besten. Ich weiß ja, ob man... Wir haben noch Zeit. Wir sind noch in der Saison. Fahr mal die nächste Link. Aber wir sind wieder gut drin, ne? Ja. Aber wir haben immer noch keinen Kill. Das ist traurig, irgendwie. Ey, wir haben's jetzt aber grad versucht. Ey, ich will mal wissen, ob man tanken kann. Komm, auch wenn wir drauf gehen. Alter. Ich weiß gar nicht, wie wir's... Ey, keine Ahnung, wie man tankt. Irgendwie muss tanken gehen. Kannst du tanken? Nö. Ich hab' paar Hand. Ah, ich hab' den Tankkanister rausgeholt. Warte mal. Kann ich den jetzt hier auffüllen? Ich hab' den Tankkanister dabei, aber es geht nicht. Nee, komm. Okay, das war der kleine Ausdruck. In die Stadt. Oh, fuck. Sightseeing. Oh Gott, irgendwo ein Bomber. Scheiße. Ich werd' runter von der Straße, irgendwie. Ja, aber links sind... Ja, vielleicht nach rechts. Nee, rechts ist ja... Wow. Wird schon Ende. Oh Gott, das sind so... Wir sind im neuen... Nein, warte, vor uns sind Leute, vor uns sind Leute. Freies Feld, direkt vor uns. Links sind auch Leute. Aber den kriegen wir nicht. Wir werden... ...beschossen für andere. Direkt vor uns, direkt vor uns. Ich hab' ihn. Hab' ihn. Achso, du hast ihn. Ich dachte, ich hätte ihn. Ähm... Ich hab' nur noch 22 Schüsse für die Acker. Direkt vor uns im Auto ist einer. Ey, fahr' weiter. Hab' ihn noch. Ich hab' aber keine Schüsse mehr für die Acker. Geh' raus, geh' raus, geh' raus. Ich muss mich bandagieren. Muss ich auch anschauen. Ich kann mich nicht bandagieren. WTF? Oh! Ich bin tot. Nein! Ich bin tot. Irgendwo hinterm Baum oder so, warte. Nein! Bist du tot? Ja! Ich konnte mich nicht bandagieren. Warum? Ich bin neunter. Ich bin neunter. Scheiße! Dann schneid' ich auch noch das Ding rein, wie wir... Ich verrate's schonmal. Vierter Platz geworden sind! Und jetzt neuntes. Auch nicht schlecht. Wir sind in den Top 20 oder 30 gewesen. Ja, vom Team her in den Top 10. Also sagen wir mal so. Es ist ne Teamleistung. Ne, stimmt. Wir spielen ja auch so. Und... Dann... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schneide. Wir sehen uns, sind wir im nächsten Game wieder. Vielleicht schneid' ich das hier noch rein. Keine Ahnung. See ya. Oh Gott, der Wagen kommt. Okay. Der Wagen kommt. Michi. Kann man denn sehen von hier? Gibt's nen Hintereingang oder nur den vorderen Bereich? Ich glaub nur den vorderen Bereich. Oh Gott, die kommen hier rein. Die fahren grad rum. Okay. Wir decken vielleicht doch beide hier den Bereich. Ich glaub es gibt nur den Bereich. Scheiß auf. Alles gut. Sie kommen. Ja, noch sind sie nicht drin noch. Ich hoffe es gibt echt keinen zweiten Eingang. Okay. Schau. Oh Gott, die Nächsten kommen. Die Nächsten kommen. Boah, wie viele hier oben drum sind. Scheiß. Sie sind grad vorbei gefahren. Okay. Dann kommen die Reihen wahrscheinlich. Sie sind drin. Ich hab einen getroffen. Ich hab ne Granate geworfen. Oh Schatz, der wirft ja sofort. Ich auch. Sind die wieder raus? Ja. Da ist keiner mehr drin, sicher. Das weiß ich nicht. Hey. Wenn einer drin ist, musst du auf deine rechte Seite auch kommen. Oh Gott. Ne, es gibt einen Hintereingang. WTF, dass wir noch leben, ne? Okay, ich komm wieder zu dir. Es gibt einen Hintereingang. Willst du da bleiben? Nein, ich komm zu dir. Ich trau mich nicht über einen Hintereingang. Einer von uns ist ein Top-Tern. Scheiße. Ich heiße nicht, wie ich mich positionieren soll, weil... Halt irgendwie den Hintereingang ein bisschen drücken. Ich geh zum Hintereingang. Im Moment kann ich nur sagen, wenn einer reicht. Ich geh zum Hintereingang. Oh, oh, wir müssen raus. Wir sind nicht mehr in der Safe-Zone. Warte, wir haben noch Zeit. Aber in zwei... In die kleine Halle. In die kleine Halle. Ich komm zu dir gelaufen. Ist das bei mir? Ist das die kleine Halle bei dir? Die markiert ist. Da. Oder... Laut Markierung sieht das so komisch aus. Ich geh grad zu mir. Verstehe ich. Hier ist in Ordnung. Oh, hier ist eine Tür. Guck mal. Guck mal. Scheiße. Ich kenn hier so. Guck mal. Links guck ich. Ich guck rechts, ne? Guck mal hier. Ja, ich hab... Links guck hier. Und hier ist eine Tür. Scheiße. Aber das kann ja nur die Halle sein, wo wir jetzt sind. Mhm. Okay. Okay. Ich guck hier auf die Tür. Das heißt, das ist jetzt für uns im Moment die Safe-Zone. Oh Gott, das Gas kommt. Das Gas kommt in die Halle. Das Gas kommt in die Halle. Renn. Das Gas ist drin. Renn raus. Ich... Krieg Damage. Okay. Geh wir zu einem Stein. Ja, 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 renn. Ich krieg richtig Damage, hab nur 8 Minuten. Ich befinde mich im Gifting-Gasitz hinter mir. Ich auch. Ne, ich will sterben. Nein, sterben nicht. Wir rennen weiter zum Zaun. Boah, 60. Okay. Wir rennen da rein. Okay. Nein, 3. Da sind wir down. Wir bleiben hier draußen. Kriegst du da also. Ja, ich krieg langsam mit wieder HP. Von der 60 wieder. Alter, wir müssen die weg. Die Safe-Zone. Wir müssen nimmst da rein. Ja, wir haben noch einen Moment Zeit aber. Alter, die sind bestimmt da drin. Lass mich noch kallen gerade. Ja, ja, ja. Wir müssen da rein! Boah, ich hab nur noch falsch. Wir laufen ein bisschen weiter oben dann. Links oben denkst du es mir nicht so. Ist das denn echt? Ja. Wir sind da oben. Das ist sau offen. Ja, aber... Oh Gott, scheiße, da oben auf Lüge sind Leute. Oben auf Lüge sind Leute. Da wo da Strom was ist. In Zig-Zag laufen zum Stein. Zig-Zag zum Stein. ZIG-Zag zum Stein. Auto. 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 Nicht zeigen lassen. Vorbeigefahren. ZIG-Zag. Oh Gott, jetzt wird's kommen. Jetzt wird's kommen. Misten wir wirklich da oben? Ja, wir sind fast im... Also, wir sind... Das Gas kommt. Das Gas kommt. Wir müssen rennen. In die Richtung nach oben. ZIG-Zag bitte. ZIG-Zag. Ich glaub wir sind hier sogar direkt bei der Safe Zone. Pass auf, da ist auch viel los. Wir müssen zum Hügel hin. Nee, dahinter sind viele Personen. Auto kommt. Ich bin getroffen worden. Ich war's, ich bin tot. Bin auch tot. Ist auch tot? Runden vom Fahrzeug hin. Alter, Platz 4. Geht der Platz? Nein. Ach du Scheiße. Der Typ hat aber richtig gut gezielt da, ne? Ey, wie viele Punkte wir jetzt bekommen wollen? Alter, aber warte mal. Mal kurz, irgendwie... Ach du Scheiße. Haha, das war schon gelassen, ne? Ja. Wie viele haben wir mitgemacht? 170? Ja, irgendwie sowas. Aber... Fress mich. Holy shit. Ich mein... Das heißt, wir waren jetzt... Achter und Siebter, oder? Guck mal, da oben sind zwei. Siehst du das? Nee. So, da... Ich hab ne andere Geld. Okay. Äh... Du acht und ich sieben, ne? Oder... Du waren da. Ja, irgendwie... Es waren acht Leute und dann bin ich gestorben. Und du warst... Ja. Acht und dann du auf Platz sieben. Alter Falter...